Okay. Gut, heute haben wir den 14.02.2017. Erzählen Sie doch noch mal ganz kurz, was wir heute noch machen. Also erst mal schlafen. Ja. Und danach, warum ich nicht schlafe. Und eventuell welche Arzt oder andere, weil ich den was will. In der Befreiung, in der Zustandungsbefreiung. Ach ja, apropos, erinnern Sie mich gleich noch mal. Okay, dann machen wir jetzt erst mal die Übung. Ich habe jetzt aber schon alles ausgedruckt. Gut. Okay, dann legen wir los mit der Rufübung. Ich mache wieder zwei Stufen. A. 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 O. 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 Ei. 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 Au. 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 Ja. 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 Hier. 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 Nein. 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 Das geht noch lauter. Nein. 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 Nein Ja. Nein. Danke. Bitte. Guten Morgen. Guten Tag. Spucke mal runterschlucken. Hallo. Hallo. Gute Nacht. Wie geht's? Danke gut. Wer ist da? In Ordnung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mach's gut. Mach's gut. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Bye, bye. Au revoir. Au revoir. Bitte danke. Bitte danke. Hello, sunshine. Hello, sunshine. Fucking, fucking that day. Nein, hot day. Ach so. Da war es noch heiß. Bye, bye. Bye, bye. Hallo, wie geht's? Hallo, wie geht's? Mir geht es gut. Mir geht es gut. Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Ist das Essen fertig? Ist das Essen fertig? Was gibt es heute? Was gibt es heute? Falls Sie mit der Mikrowelle mal reden, ne? Ja, genau. Wenn man schlägt, wenn man so ganz schön war, dass wir, also, seiner Zeit war, dass der erste Zucker, der gesprochen hat, heute, dann wollen wir mit mir reden. Ja, es gibt auch mittlerweile Küchen, die mit einem reden. Ja, genau. Das mag man so sagen. War die Post schon da? War die Post schon da? Ist ein Brief für mich dabei? Ist ein Brief für mich dabei? Es hat geklingelt. Machst du bitte auf? Es hat geklingelt. Machst du bitte auf. Nochmal. Es hat geklingelt. Machst du bitte auf. Nochmal ein bisschen lauter. Wo ist meine Brille? Wo ist meine Brille? Hast du sie gesehen? Hast du sie gesehen? Kommst du bitte mal? Kommst du bitte mal? Bringst du mir bitte meine Tabletten? Bringst du mir bitte meine Tabletten? Was machen wir heute? Was machen wir heute? Gehen wir spazieren? Gehen wir spazieren? Einer für alle, alle für ein. Einer für alle, alle für ein. Herzlich willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung, bitte. Heute ist es verflucht heiß. Heute ist es verflucht kalt. Nein. Den Wissen kann ich nicht wählen. Auch mehr zu haben. Ja. Eventuell nicht mehr zu sein. Also wenn sie aus der Übung raus sind, ist die Stimme direkt wieder... Naja, das geht so. Nicht so gut. Ja. So, nochmal laut bleiben. Ja. Wir machen jetzt nochmal... Angelegen Schwierigkeiten. Ja, ja. Jede Woche immer eine andere Ausrede. So, weiter geht's. Haustür. Haustür. Flugzeug. Flugzeug. Kalender. Kalender. Buchseite. Buchseite. Marmelade. Marmelade. Bilderrahmen. Bilderrahmen. Vollkornbrot. Vollkornbrot. Papierkorb. Papierkorb. Trompete. Trompete. Springbrunnen. Ja, diese Woche habe ich so nicht einfach zusammengekriegt. Gut, klingt auch wirklich nicht schlecht heute, die Stimme. Aber unser Verhältnis, also einer ist nun in der Tat. Ja, das ist halt so eine Posaune. Was mit der Posaune? Was mit der Posaune? Was mit der Posaune? Was mit der Posaune jetzt sagen sollte? Achso. Achso, nee, jetzt kam Herr Springbrunnen. Springbrunnen. Wintergarten. Wintergarten. Posaune. Posaune. Autobahn. Autobahn. Schuhsohle. Schuhsohle. Zirkuszelt. Zirkuszelt. Wasserglas. Wasserglas. Margarine. Margarine. Manschette. Manschette. Treppengeländer. Treppengeländer. Winterjacke. Winterjacke. Kartoffelsalat. Kartoffelsalat. Maschine. Maschine. Tischbein. Tischbein. Magazin. Magazin. Regenschirm. Regenschirm. Klavier. Klavier. Telefonbuch. Telefonbuch. Teebeutel. Teebeutel. Schnürsenkel. Schnürsenkel. Bleistift. Bleistift. Fensterscheibe. Fensterscheibe. Tabelle. Tabelle. Sommerzeit. Sommerzeit. Winterzeit. Normalzeit. Sommerzeit. 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 Welchen Laut nimmt man noch mal bei Wörtern mit einer Gaumensegel-Sprecher? Weißt du das? Sommerzeit. 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 Und das haben wir tatsächlich die letzten Mal im Lied gemacht und Herr Berger musste dann mal den Kopf anheben, um das noch ein bisschen zu verstärken. Da sind sie ja. Kann ich ja lange suchen. Möchtest du die mal vorlesen? Ja. Und ich filme sie. Von so ein etwas lauterer. Kommt. 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 Kind. Kind. Kost. Kost. Korp. Korp. Also einmal sind wir ausgeliefert und dann haben wir einfach nur noch. Ringen anzunehmen.